Ja, wenn ich irgendwas sage, irgendjemand Verdächtiger was sehe, glaubt mir doch eh kein Schwein. Ja, das ist genau das. Ich hab zumindest die... Aber wie der Timo direkt gedacht hat, oh, ist der Manni, ist der Manni, als er gesagt hat, dass er das Ding dann... Weil du gesagt hast, er hat getrunken, dann der andere... Ich wusste, dass er irgendwas anderes gemacht hat, aber... Und es war der Manni in dem Moment, der vorbeigelaufen ist. Ich dachte, ich nutze einfach mal meine Unwissenheit aus. Das Lustige ist, dass ich sonst einfach gar nichts zu gesagt wäre, weitergegangen. Ja, aber das hat direkt irgendjemand auf mich geschossen. Ja, Timo, das hat dir direkt gesagt, oh, ja, nein. Das hab ich, als ich das erste Spiel mit Timo gespielt hab, ich war direkt infizierter. Ich hab Timo so dumm gelabert. Ich bin Lisa diesmal. Ich bin wie der Nina, wie schön. Ich bin wie der Hans, oder? Ich bin keine Ahnung mehr. Das ist Chang, Pepin. Ja, Mann. Chang, ich bin hier. Ja, stimmt, da war was. So, sagt direkt, ich bin unschuldig. Ja, dir glaubt doch eh keiner wieder. Direkt Timo erschießen, direkt Timo erschießen. Das ging letztes Mal auch gut. So, da wenig Mücken hier, da. Du warst already protected. Haben die Blockpacks eigentlich noch erschießen? Da hat er getrunken grad. Pepin. Jetzt raus. Wo geht's hier? Also, hast du auch gehört? Da schon wieder? Da schon wieder? Ja. Ich schau mal. Hier vorne ist... Wie hört sich das an? Hier ist aber niemand. Hier ist echt niemand. Das hört sich an wie so ein lautes Schluckgeräusch. Das ist der Nussknacker. Warum schießt der? Wenn der Nussknacker schießt, warte. Auf wen schießt der? Er hat einen Schuss aufgegeben. Ich weiß nicht, ob es sichtbar oder nicht. War das vielleicht doch schon gesehen oder so? Nein. Schon wieder? Vielleicht macht der die Schalter kaputt. Kann auch sein. Kannst du die auch kaputt machen, oder? Soweit ich weiß nicht. Cool. Ich hab die auch immer bedient, das heißt, ich kann mich damit auch verraten, oder? Nee, du kannst die, wenn du die mit dem Messer so zersterst, glaub ich. Achso. Musst du Timo fragen, der ist oft genug infiziert. Der steht hier die ganze Zeit so komisch rum. Das nimmt er sein Messer und hat sein Messer ausgewählt. Wer ist das da? Fritmiker auch, ja. That's me. Sein Nussknacker macht irgendwelche Kampfübungen. Ja, irgendwie komisch, ne? Ah, das gibt's doch nicht. Ah. Was? Kicker? Ja. Berger ist es nicht. Also Rachel. Rachel ist es nicht, der hat gerade Fallen aufgestellt. Es ist auch nicht Alex. Wie stellt man eigentlich Fallen auf? Es ist auch nicht Alex. Wie stellt man Fallen auf? Okay, ich weiß, dass ich es auch nicht bin. Keine Ahnung. Alex kann verraten. Pippin, Adler, ihr seid dran. Wie stellt man denn Fallen auf? You win. Ich hab keine Ahnung. Ich bin ja tot. Ich darf es schon sagen. Schade, Hans. Schade, Hans. Ja, ich hab da einen ganz schweren Verdacht Richtung Hans. Richtung Hans? Ja. Ist, äh, klobig auch. Der läuft mir immer rum wie schon voll Spack. Der war nicht die ganze Zeit bei mir und das, äh, ich bin dann extra, als es Nacht wurde, weggelaufen und das Monster war verdammt schnell bei mir. Ich hab Hans hier. Ich hab Hans hier. Ich bin, schieß mal auf Hans, wenn du, wenn du sicher bist, dass Hans ist. Wenn er nicht mein Team ist. Komm, schieß mal auf ihn. Komm, Hans. Okay. Marien down. Marien fertig. Schieß ich fertig. Ich stimme dir, ich stimme dir zu, soweit es ist. Ach, das ist nicht Hans, ob die ich ja ganz geschossen wurde. Das ist Hans hier vor mir. Ach, ach, Alter, wo bist denn du überhaupt? Ich bin komplett woanders. Ich bin hier mit, äh, mit Alex. Mal rett dich die Sisierung rein, hört man auf mich bei der Arbeit hier zu bedienen. Von hinten zu bedienen. Ich hab Hans eingesperrt. Ja, ich sperr mich halt ein, ist mir egal. Dann wirst du halt von hinten gefickt, ist auch okay. Boah, was? Ah, ja, ich bin's halt nicht. Ich bin jetzt auch nix blöd. Ich bin sicher, dass Alex nicht ist. Ziemlich. Ziemlich, ziemlich sicher. Ja. Weil wer sagt uns, dass es Timo nicht ist? Welchen Beweis haben wir da? Und machst du dich so ziemlich sicher, dass es Timo nicht ist? Vor mir hat gerade einer eine Fallaufstellung. Ich bin durchgelaufen. Wie wurde der Martin eigentlich getötet? Durchs Monster? Durch dich? Laber doch nicht. Das durch mich? Bist du schon tot, Martin? Das heißt, der Martin ist ein Monster. Ja, wenn der Martin tot ist, ist er doch nicht mehr da. Der Martin ist ein Monster. Und wen hat er die ganze Zeit bedächtigt? Dich. Ne, und wen noch? Dich. Wen hat er gedeckt, meine ich? Wen hat er gedeckt? Niemanden. Ja, Pippin, bleib mal hier, bleib mal hier. Komm, das ist Alex oder so. Auf geht's. Ich schnappe. Ja, ich schnappe. Ich bin's halt nicht, aber ist okay. Deswegen schnappe ich mich auch nicht zurück. Oh! Ja, ich schnappe dich. Es ist der, der Martin die ganze Zeit gedeckt hat, der jetzt nicht ist. Hattie, du Arschloch. Ich hab's euch doch gesagt. Der Pippin war's die ganze Zeit. Was? Jaja, der Pippin war's die ganze Zeit. Was ist denn der Pippin gewesen? Der Martin oder was? Jaja, der Martin, klar. Nein! Nein! Zwergo! Hä? Wie kann der denn ne Falle aufstellen und selbst nicht... Ja, das ist... Geht scheinbar. Natürlich geht das. Sonst wär's ja zu einfach. Ja, wie geht das denn überhaupt mit der Falle? Martin, du wartest halt einfach nur ein asoziales Pech. Ich hab dich weglaufen sehen. Ich wusste, du bist da drin alleine. Ich hab mich transformiert, hab dich weggelatzt, bin direkt weiter. Ich hab mich ja... Manni, wie bist du denn getötet worden? Mit der Pistole oder was? Nö, gefressen worden von Pippin. Achso. Ich hab mich transformiert und hab mich getötet. Boah, was ne scheiß Fall, ey. Ich hab den Ardner verdächtigt und beide Monster standen hinter mir, während ich den Ardner abgeschossen hab. Das ist ja auch nicht wahr sein. Das war überhagen. Ich hab's dir doch gesagt, dass ich nicht... Ich muss doch nicht mal alles glauben, was du sagst. Glaubst du auch nicht, was ich sagen, wenn ich sage, ich bin's? Es ist so bescheuert. Du, Quatsch. Aber ich bin dumm, wir waren alle vier Leute in einem Raum. Wie kann man mir nicht glauben. Das ist echt. So, wir waren zum vierten im Raum. Ja. Ahja. Und ich hab mich doch abgeschossen. Ja, ja, ja. Und der einzige, der hätte helfen können, hab ich abgeschossen. Ja. 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 Also das war wirklich ne ganz böse Situation gerade. Aber Zwergos spielt ja jetzt schon zum dritten Mal bei uns mit. Ich hab ja, ja stimmt. Ich hab echt gedacht, dass es der Maddin wär, gell? Dass er den einen deckt, weil er die ganze Zeit gerannt hat. Der Maddin, ja. Der war bei der ersten Duplatte, oder? Vor allem, weil der Maddin dann auch mich auf einmal so verdächtigt hat. Ja, weil ich echt dachte, weil ich den Pipi nirgendwo gesehen habe. Und der echt gut aus dem Nichts aufgetaucht hat. War mir echt sicher, du wärst. Weil du mir die ganze Zeit schon hinterher gerannt bist und das Monster dermaßen schnell da war. bei mir. Ja. Weil das war wirklich zack, dunkel, ich geh um die Ecke, er hatte mich. Ich hab wirklich so sicher den Adlerverlächtig und den Pipi und dann war's nur der Pipi und der Adler natürlich nicht. Aber wie kam's direkt? Ich sag's direkt, ich bin unschuldig. Ja klar. Hier ist jemand. Hallo? Wie mach ich jetzt hier die Dings? Die Falle? Wie kam's da drauf, dass ich das bin? 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 Muss man da drauf schießen oder geht das auch mit dem Messer oder so? Muss schießen. Ich kann ich's ne Falle stellen. Du musst die drei auswählen. Nummer drei. Einfach mit dem Mausrad zur Falle scrollen. Wenn du eine hast. Ich hab keinen. Ach so. Ich muss ne Falle haben. Ich muss ne Falle haben. Ich glaub Nina ist ein... Nina müsste einer sein. Die hat auch eben gefragt hier mit dem äh... mit dem drauf schießen. Das ist äh... Ich bin ja gar nicht Nina. Das ist ja gemein. Das heißt, es könnte Nina sein. Das ist ein Nina. Guck mal, wenn ich verfolge. Wer überhaupt verfolgt mich, wenn ich Fallen aufstelle. Wer will wissen, wo ich Fallen aufstelle. Oh, hier sind fast alle da. Alter, wir sind halt da. Lass mal Nina töten. Ernsthaft, lass Nina töten. Hm. Das ist zu aufwendig. Weiß ich nicht. Ja, aber so wie sie eben fragte... Das war schon äh... Was hat die denn gefragt? Ja, muss man da drauf schießen oder kann das Messer? Der Rhythmiker hat getrunken, der Rhythmiker hat getrunken, der Rhythmiker hat getrunken. Rhythmiker hat getrunken. Hat er nicht. Hat er gar nicht. Hat er gar nicht. Hat er gar nicht. Ja, hat er jetzt getrunken oder nicht? Hörst du auf mich zu schießen? Was ist denn los mit euch? Ich weiß es halt nicht. Irgendjemand hat mich abgeschossen. Oder auch nicht. Ich weiß nicht. Hier ist eine Future. Hat er nicht, hat er nicht. Voll unlauffällig. Hat er nicht, hat er nicht. Echt so. Aber er war halt wirklich in der Nähe von sowas. Ich hab aber nicht gesehen, ob er es gemacht hat. Aber es sah schon so stark an. Ja, der Typ war ziemlich überzeugend geklungen. Ja gut, oder? Könnte auch gut. Faken. Wie kommt denn der Stockwerk hoch? Ist der Pipi in der oder wer? Warum sieht man denn jetzt auch mal den Namen nicht mehr? Ach, in der Dunkel sieht man den Namen nicht, oder was? In der Dunkel sieht man den Namen nicht, oder was? In der Dunkel sieht man den Namen nicht, oder was? In der Dunkel sieht man den Namen nicht, oder was? Hier geht's hoch. Ach, er ist gleich, oder was? Okay. In Phasecom. Was kann der Fotoapparat? Aber ich hab ja 6% davon. Und die können auch nur in der Dunkelheit sich fassen von mir, ne? Was bringen Fotos? Weißfotos, oder was? Genau. Weil die kannst du zum Fotolabor schicken, und äh... Bist du mir schon wieder auf den Sack! Kann man da erfrieren, oder was? Ja, ich hab Rüttwecker. Hör auf auf mich zu schießen! Rüttwecker ist ein Infizierter! Ein Infizierter! Hä, warum steht man eigentlich das auch immer wieder auf? Muss man direkt abgestimmt werden, dass du rausfliegst. Ja, und wie wird das abgestimmt? Da ist der Martin. Wenn du auch die Person schießt. Ja, aber wenn keiner in der Nähe ist gerade... Spielt einer... Ja, dann lassen wir den, äh, hier in der Rhythmiker töten. Hellbang, take track. Das ist Alex. Pippin hat nen Tracker. Ich glaub immer was Pippin ist, aber okay. Weil Pippin jetzt schon eben... Lass mal Lina töten. Aber er benutzt sie nicht. Aber Pippin hat den Tracker bei mir nicht benutzt. Ja, Malin ist auch Sacken leise. Ja, ich muss gerade ein bisschen aufpassen, wenn mich dieser Typ die ganze Zeit nerven verfolgt. Warum hat Pippin nen Tracker nicht benutzt? Wieso hat der nicht benutzt? Na, was meinst du? Wie? Wie? Ich will den für den Malin verwenden. Ne, der Malin, was kann der Tracker? Der Tracker kann einen verfolgen, oder was? Pilsender, ja. Achso, okay, ja. Ja. Na gut, dann ist egal. Bleibt. Wer ist schon wieder jemand auf mich? Der Malin, Alter. Ich bin tracked. Ich bin auch tracked. Irgendjemand hat mich tatsächlich tracked. Ich bin den Malin jetzt zu, Alter. Und die Temperature. Wo muss ich hin? Da ist er... Da wo die Scheine ist. Da drunter, oder was? Ja. Wenn es keiner ist, ist es auch okay, ich will es auch gleich geschafft. Wenn es keiner ist, was? Geht ja nicht. Hier draußen erfriert man ja voll, das ist ja ekelhaft. Ja, der Brotter geht runter. Das ist ja assi. Ich bin immer noch dafür, dass der Rütz-Micker ist. Wie bitte? Könnte gut sein, ja. Ich bin immer noch dafür, dass der Rütz-Micker infiziert ist. Ja, glaube ich auch. Ich finde ihn nicht mehr. Au! Warum schießt der? Au! Ich habe auf Madin getötet. Wo? Oh Mann! Ja, aber so safe wäre ich doch gar nicht. Einer noch, einer noch. So, verrätst du uns, ob du es warst, Madin? Nö. Okay, er war's. Ja gut, eins ist weg, noch einer fehlt. Ja, ich habe mich dreimal umgeschaut, dass wirklich keiner da ist. Und dann taucht der Drecksack irgendwo in der Ecke plötzlich auf. Das ist gut, weil dann ist es jetzt aber aber auch nicht. Das ist Zwergo. Schon wieder. Jetzt der Exit schon. Dann gehen wir raus. Komm, Zwergo. Kann er eine Schulter bedienen? Jetzt. Jetzt kann er einen haben getrunken. Das schießt auf ihn. Bin ich? Ja. Ich habe nicht getrunken. Doch, ich sehe doch gerade das Monster hier. Ich sehe gerade das Monster. Ja, ich wollte gerade sagen. Das ist der Temo. Ich bin nicht das Monster. Doch, ich habe aber draußen ein Monster geschossen. Ich bin draußen. Ich bin draußen. Es ist Zwerg. Es ist Zwerg, aber ja. Ja, ich habe gerade ein Monster abgeschossen. Kommt es doch wieder auf mich, ey. Nein, ich habe doch keinen Satz zu spüren. Ich habe doch keinen Satz zu spüren. Wir würden bekommen aber nicht mal ein Monster, weißt du? Hä, doch. Hinter mir war das Monster her, wahrscheinlich. Ja, der hat mal die Beine. Das kann sein, ja. Aber ich habe das Monster geschossen, dann war das durchgegangen. Da verriegst du ein bisschen die. Dann habe ich dich gerettet. Also, bin mal dankbar. Bin dankbar. Ja, es war jetzt doch tatsächlich endlich mal das erste Mal, dass ich wirklich selber war. Und beim ersten Mal hast du im ersten Mal überhaupt keine... Warte kurz, kein Spiel zoomen, bitte. Was? Ja, aber ich will. Kannst du deinen Charakter ändern, oder was? Wirkbar. Du hast beim ersten Mal überhaupt keine Ahnung, was du eigentlich machen musst. Wie geht das mit dem Loot? Ja, jetzt machst du ein Hütchenspiel. Das hat eben nicht geklappt. Und dann schaust du dir deine Lieblingsbecher aus. Ein paar sind irgendwie von unten beleuchtet. Ich weiß nicht, ob das von der Beleutung ist. Ja, da oben links steht, was es heißt. Blau ist, äh... Entschuldigung. Blau ist, ähm... Ungewöhnlich, lila ist selten und orange legendär. Das heißt, man sollte schon immer gucken, dass wir dich kriegt. Toll. So, ich hatte eben was blau beleuchtetes. Wie doof. Mhm. Ich muss gar nicht, äh, shuffeln, oder was? Nö. Ach so, ja. Weil... Du musstest ins Spiel, wenn du willst. Du kannst es auch überspringen, aber dann kriegst halt irgendwas. Wenn das... Soll ich schon... Ach so, dann krieg ich auch irgendwas, oder? Ja, dann... Warte mal noch einen Moment. Ich shuffle noch eine Runde. Einmal schon auch nochmal, gell? Hier, nehmen wir eine Munster hier. Ich hab nur eins gehabt. Voll vorhin. Das hat nicht funktioniert. Perk-Tree. Ich hab ein Perk. Ach, guck mal hier. Horde. Ja, aber dieses Hütschenspiel ist äußerst simpel. We have a winner. Ja. Kann ich einfach mit der Maus spielen. So, und wieder raus. Also, Perk-Baum? Keine Ahnung. Hab ich ein Perk? Ich hab jetzt Horde. Consumable Items und eine Floor Highlighted from further away. Ah ja, kann ich. Man muss aber irgendwie oben anfangen, ne? Beim ersten. Ja. Ganz oben. Dann runterarbeiten. Ähm. Kann ich anfangen mit Standard, oder? Also, mit suchen, oder? Also, mit suchen, oder? Keine Ahnung. Ähm. Mein Chester. Kann ich suchen, oder brauchte ich noch? Kleinen Moment noch. Oh. 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 Ich hab eine Punkte abgestellt. Oh. Oh, ich kann ja noch was anlocken. Oh, ich kann ja noch was anlocken. Oh, ich kann ja noch was anlocken. Oh. Oh, auch mal viele Punkte. ja ja darf ich nene nene punkte bestellen als das jahr an mann mann ach so ich muss jetzt weiter fortfahren das anzulocken ja 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 ich habe jetzt ich habe jetzt ganz viel ganz ja genau ich könnte jetzt noch profile einstellung machen welche neue sachen habe aber das können wir jetzt also in den daten zum fall machen wir wollen in der runde nach wir spielen wie wir leute töten aka marines kannst du gerne leute töten also schon aber schon das ist richtig halt ach mal ey der besser ist ja echt den maul hat er verdient ja geht es jetzt mal los oder was hier los oder was ist ja ich stelle ich stelle die suche langweilig dann könnte ich doch nochmal ins profil gehen da ist jetzt genau was weiß ich noch nicht ach so gut der themo ist es oh ich habe winterausrüstung frei geschafft wie schön das themo ist es immer doch geht mir denn nicht so leicht will ich nicht mein mann iroke ist es viel cooler bei chan der rote jacke an oberkörper frei laufen lassen ja jetzt schon eine halbe minuten nichts passiert also hat mir wie war so dein wochenende erzähl doch mal jetzt ach genau ich hab die 100 geknackt hab ich mir erzählt jaja jaja danke danke keine weiteren details glückwunsch atme dein wochenende bitte wieder jetzt keine hast du jetzt mit der marie alexandra oder was oder alexander oder den ja der ist ja vergeben du hast was du hast es war vergebens du müsst ergeben ja auch schön ähm also bei dir ist man vergeben wenn man Sex hat oder hä ich weiß nicht gar nicht wann kann der melee eigentlich vergeben musst du nicht also das was der Timo hat ist nochmal komplett anders also damit musst du nicht klarkommen der sagt beim Timo kein System einfach nur beim Timo ist der so nein wir wollen kein Sex haben wenn wir keine Beziehung haben und irgendwann spricht bei ihm der Notstand aus und äh dann kann er einfach nicht mehr zurückhalten dann hat er Sex und danach sagt er ach scheiße jetzt bin ich in der Beziehung um das zu rechtfertigen ok der sieht aus wie PUBG ne ich finde das sieht aus wie DC also ich weiß nicht mal bei welchem Spiel du gerade bist aber also ich hab hier immer noch mein Charakter von meiner Nase also wir können gerne PUBG spielen auch mal ja hier passiert grad nichts mehr nicht mehr viel so ahja ja können wir auch ich mein ja das ist jetzt lang genug gegangen also ja das ist ja auch schön komm wir mal machen also ja komm wir mal machen ne jetzt sind sie alle weg jetzt spiel ich allein haha ne vor allem weil es ja auch umsonst ist finde ich halt gut ja stimmt gell ach ich hab mir jetzt Skyrim VR gekauft boah leck mich am Arsch ist das geil na dann ja ich hab mir jetzt mal ja ich hab mir jetzt mal Vielen Dank.